Eine Beziehung funktioniert nur, wenn man dem Partner gewisse Freiheiten lässt, sollte man meinen. In der Ehe von Karel Gott und seiner Frau Ivana gelten offenbar andere Regeln. Denn Ivana würde ihren Mann am liebsten auf Schritt und Tritt kontrollieren. Sogar ein neues Mobiltelefon hat sie ihm gekauft, 30 Nummer sind darin blockiert, berichten Freunde von Karel Gott empört. Sie will bestimmen, wer ihn erreichen kann, mit wem er spricht, angeblich soll ihn seine 37 Jahre jüngere Frau schon länger überwachen. Bereits vor einem Jahr beschwerte sich ein guter Freund des Sängers, dass Ivana ihn abgewimmelt habe, als er Karel anrief. Als ich anrief, ging sie an sein Handy. Sie regte sich auf, schrie mich an und sagte, sie würde meine Nummer löschen, erzählte Karels Freund. Doch damit nicht genug. Nicht nur sein Handy kontrolliert Ivana permanent, auch die gemeinsame Via in Prag lässt sie nun zu einer Festung umbauen. Eine höhere Sichtschutzmauer und mehr Bäume sollen vor Blicken schützen. Es wirkt ganz so, als wolle sie Karel mit allen Mitteln von der Außenwelt abschotten. Vielleicht aus Angst, er könne etwas mit einer anderen Frau anfangen? Dann Dann